Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia Warrior Within. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt müssen wir den Sprung hier wieder schaffen. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Man müsste hier eigentlich rüberkommen. Wir haben es ja schon mal geschafft. Das wäre ja blöd. Sonst wären wir ja hier in einer kompletten Sackgasse. Ja, es geht. So, wir müssen zu einem der Türme. Den mechanischen Turm und den Wasserturm. Der eine ist hier oben. Der andere ist, ja das sieht man jetzt nicht, da oben jedenfalls. Wir haben einen schon aufgedeckt gehabt. Von daher werden wir jetzt erstmal zu dem ersten Turm gehen. Ich habe keine Ahnung, welcher das ist. Wir werden es sehen. Ich glaube hier rüber und dann... Ja, vielleicht nicht ganz so auf so eng getrimmt, aber so in der Richtung sollte es eigentlich funktionieren, um da hochzukommen. Und da kommen schon wieder Gegner und ich habe, glaube ich, genau, da eine Truhe gesehen. Oh, das ging jetzt etwas schnell. Okay, die Waffe ist aber auch relativ kaputt. Das heißt, die kommt mal weg. Wir nehmen uns eine neue. So, und hier... Genau. Machen wir das Ding auf. Neue Artworks freigeschaltet. Sehr gut. Gibt es da drüben eigentlich noch irgendetwas? Ne, es sieht nicht danach aus. Okay. Dann geht es hier weiter. Ah. Boah. Haha. Beinahein gelaufen. Okay. Ah, ich hoffe mal. Ah. Ja, okay. Das war mir irgendwie... Ah. Das war mir irgendwie klar. Aber... Da machen wir es mal so. So wird wenigstens das Ding hier, äh, die Truhe noch aufgemacht. Da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen, äh, mehr Zeit durch. Wir werden das Ganze ein bisschen so abkürzen. Oh! Eieieieiei. Das war eng. Das war ziemlich eng. Okay. Wir werden mal hier runter gehen. Können wir uns da ein neues Sand holen. Jawoll. Ich freue mich auch... Wann kriegen wir eigentlich einen neuen Sandbehälter? Wir haben ja drei von sechs zur Verfügung. Wann gibt es denn hier einen neuen? Aha. Okay, und da geht es weiter. Okay. Ich würde aber auch sagen, wir sind auch im Masserturm. Das sieht alles ein bisschen so aus, als ob das hier nicht so mechanisch wäre. Also es sieht jedenfalls nicht nach einem mechanischen Turm aus. So. Was sind die Dinger? Ah. Okay. Ja, ich sehe, wie es geht. So. Umdrehen, bitte. Umdrehen. Das ist immer ein bisschen tricky hier. Tricky bei sowas hier. Mit der Steuerung. Aber es geht. So. Ah. Okay. So, hat das jetzt nicht geklappt? Müssen wir da nicht, äh... Ah. Vielleicht waren wir nicht richtig drauf. Vielleicht müssen wir hier ein bisschen weiter rausgehen. Ah, verdammt. Aber das geht auch wahnsinnig schnell hier wieder. Ja, das geht... ...wirklich wahnsinnig schnell. Hoch und zack, jetzt aber. Die Frage ist... Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und wir dürfen auch zum Erfolg speichern. Kein Glück hatten wir noch Sand übrig. Wie gesagt, ich hätte gerne die anderen drei Sanddinger, damit wir einfach ein bisschen Reserve haben. Aber ich habe keine Ahnung, wann wir die hier bekommen. Babylon ist also nicht der einzige Ort, das Wunder der hängenden Gärten zu bestaunen. Unsere dienen jedoch nicht als Brutstätte für Monster. Aha. Führt eure Befehle aus und tötet ihn! Hallo, Leute! Ihr werdet mir schon den nötigen Respekt erweisen! Das sind neue Gegner. Aber... ...bekämpfen sich eigentlich... Ach, verdammt. Wenn ich mich nicht blöd anstelle. Genauso gut wie die anderen. Los, formiert euch! Der Kampf beginnt! Der Kampf läuft doch schon, mein Freund! Das wird wehtun. Ja, verdammt. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Na gut, dann machen wir es halt auf diese Weise. Ach, gerade habe ich es aber echt raus. Na also geht doch. Ja, gerade habe ich es aber echt raus gehabt. Kommen hier noch Brügel? Oh, kommen wir wieder in den Raben an? Aber... Ne, ich glaube nicht. Versucht es noch einmal. So. Können wir hier trinken? Ja. Können wir. Aber wir haben gar nicht so viel verloren, sehe ich gerade. Aha. Schauen wir uns weiter um. Wo müssen wir genau hin? Und haben wir noch Gegner? Irgendwie ist die Musik noch nicht zu Ende. Da haben wir, äh, den Stator. Hm? Da geht es natürlich weiter runter. Geht es da weiter hoch? Je nachdem könnte man da vielleicht hochgehen. Ähm. Bin mir nicht so sicher. Das da ist kein... Ne, das ist keine... Das ist kein Dings. Ah, da haben wir tatsächlich noch mal Gegner. Und noch eine Truhe habe ich gesehen. Sehr schön. Komm mal da hoch. Da kommen wir hoch. Bringt aber anscheinend nicht wirklich was. Also wie gesagt, da kommen wir hoch. Ah ne, da kommen wir wahrscheinlich irgendwann mal wieder runter. Wenn ich das so sehe von oben mit der... Mit dem Dings da, mit diesem Banner. Dann kommen wir nur wieder runter. Aber da hinten geht es noch weiter, oder? Da sind ja noch welche. Hä? Hä? Ah, den habe ich jetzt nicht gesehen. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ne, doch nicht. Da haben wir auf jeden Fall jetzt eine Tür. Ah. Ich dachte, ich hätte gerade so einen Teil gesehen, wo wir speichern und wieder uns aufladen können. Aber da habe ich mich wohl verschaut. Ah. Also ich schätze mal, wir müssen hier durchgehen. Ach, schauen wir uns erst mal an. Wo sind wir dann? Okay. Jetzt sind wir jetzt in diesem Gebiet. Eigentlich hätte ich gedacht, dass nur das eine Teil aufgemacht wird und nicht das andere Teil. Also, die beiden Türbe sind jetzt aufgegangen, aber... Entschuldigung. Nies, reiz. Hm. Okay, wie kommen wir jetzt hier weiter? Wo müssen wir denn jetzt genau hin? War jetzt keine Absicht, aber war auch nicht so verkehrt. Ach, schon wieder. Ach, böse. Der Nächte, bitte. War schon da und ist schon wieder weg. Okay, dann probieren wir mal aus, ob das hier... Ne, das hier ist wahrscheinlich zu... Das ist zu breit jedenfalls. Dann wird das hier wahrscheinlich auch zu breit sein. Ja, das ist auch zu breit. Um da was zu machen. Ne, okay. Geht nicht. Da irgendwie... Hier hochgehen. Ja, das geht ja nicht hier. Ne, das ist eher für runtergehen wieder. Okay, jetzt bin ich gerade etwas ratlos, aber... Ach, da ist doch eine Leiter. Ach, in der Zwischensequenz habe ich gesehen gehabt. Da ist doch eine Leiter. Da können wir doch bestimmt was machen. Und was ist... Ich habe es doch wieder total übersehen gehabt. Oh, da war den Rabenmann ja wieder. Zeit, die Sache zu beenden. Wusste ich doch, dass der irgendwann mal wieder kommt. In der Zwischensequenz habe ich absolut gesehen gehabt. Da ist so ein Teil eine Leiter und... Ja, komm, 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 komm. Und ist er wieder weg. Und da drüben ist er. Da kommen wir aber auch hin. Frage ist... Ne, da drüben... Das ist zu weit zum Springen. Okay. Wir müssen sowieso hier lang gehen. Alles klar. Das werdet ihr bereuen. Das wir so schnell unterlegen. Wir haben dich schon mehrmals besiegt. Wir haben dich wohl noch mehr anstrengen müssen. Wir haben dich schon mehrmals besiegt jetzt. Und jetzt fällt es auch noch runter. Ah. Man konnte es nicht mal fliegen. Na gut. So. Ich glaube, das haben wir geschafft gehabt. Jetzt, wie geht es hier weiter? Ich glaube, da müssen wir wohl runtergehen. Oder wäre da oben noch was gewesen? Ach, erst mal. Kümmern wir uns erst mal um dich hier. Versuch das noch einmal. Und zack. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal nach ganz nach oben. Und... Ne, da war nichts mehr. Okay. Ich habe schon richtig gemacht. Wo sind wir? Da unten sind wir. Okay. Sehr schön. Oh, hier ist wieder noch geschlossene Tür. Aber wir kommen auch hier nach oben. Wir gehen aber jetzt nicht zurück, oder? Nein, wir gehen nicht zurück. Ich dachte jetzt gerade, wir gehen wieder zurück. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Aha. Ui. Und das liegt sogar ein Schiff... Ah. Ne, mit dem Schiff sind wir nicht gekommen. Unser Schiff ist ja gekentert. Aber da liegt ein Schiff im Hafen. Ei, 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 ei. Schaut euch das mal an, wie das hier aussieht. Ho, ho. Was passiert, wenn wir das umdrehen? Ah ja. Die Tür geht zu, die Tür geht auf. Anscheinend hat es aber auch noch nicht geendet, aber fast. Und weg. Tschüss. Ja. Genau. Hier geht ein neues Live-Upgrade weiter. Und zwar da oben. Wenn man jetzt hier auf die Brüstung sieht, nach links oben. Ja, jetzt sagt. Da müssen wir runter. Für ein neues Live-Upgrade. Das nächste. Aber erstmal haben wir, glaube ich, hier ein paar. Ja, ich bin. Boah. Hast du wohl auf damit? Und zack. Nochmal. Ha. Sehr schön. Oh. Meinst du? Boah. Das hört es aber auf. Na gut. Dann machen wir das halt so. Ja. Bleib hier. Ja. 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 Blöde Schemen hier. Okay, einer weniger. Dann müssen wir jetzt noch kriegen. War es das, oder hat er sich wieder... Ah, das scheint es gewesen zu sein. Na gut, da habe ich auch noch eine Truhe gesehen. Sehr schön. Artworks freigeschaltet. Und da müssen wir jetzt runtergehen, um weiter... Nicht um weiterzukommen, sondern fürs Geheimnis. Ansonsten müssen wir hier irgendwie weiterkommen. Ich denke, da irgendwie nach oben müssen wir da gehen. Aber jetzt gehen wir erst mal da runter. Ja, die Dinger sind ganz gut versteckt, finde ich. Also, da muss man schon sagen, man kann sie finden, aber man muss sich wirklich gut umschauen. Oh, das sollten wir vielleicht nicht machen. Ich denke, wir sollten eher den Weg gehen, der uns nicht gleich umbringt, wenn wir nach unten gehen. Ah, da hängt eine Stange. So, haben wir eigentlich genug Sand? Ja, wir haben genug Sand. Okay, dann hier rüber und weiter nach unten. Denke ich jedenfalls doch mal. Ah, und da fangen auch schon... Können wir da... Wir kommen unten durch. Sehr schön. Das war der Cut richtig gut. Ah, verdammt. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, Meg. Ach, das war schlecht. Boah. Scheiße. Okay. Ich hätte schon früher spulen sollen. Ah, Mann. Was sollte das jetzt sein? Ich bin... Habe mich ganz langsam bewegt hier. Die hören gar nicht mehr auf hier, diese blöden Dinge. Ach, das ist jetzt ein blöder Bug. Ach, komm. Ja, okay. Verdammt. Ich muss nochmal am Speicherstand gehen. Das war jetzt richtig blöd. Das war ja richtig, richtig fies jetzt, Artia. Okay, ab wo muss ich denn jetzt wieder? Oh, nee. Das war noch relativ weit, oder? Mit vielen Kämpfen, oder? Hat er da gespeichert gehabt als hier? Nein. Genau wieder hier. Sehr blöd. Ach, das war jetzt richtig blöd gelaufen mit dem Ding. Dass ich da nicht richtig durchgekommen bin. Okay, das war meine Schuld. Aber das am Schluss dann, dass die Stacheln gar nicht mehr rausgegangen sind. Oder gar nicht mehr reingegangen sind. Und man noch nicht mal langsam vorbeilaufen konnte. Das war ziemlich blöd. Na ja, gut. Jetzt müssen wir halt das nochmal machen. Waren ein, zwei Kämpfe und dann war's das. Das sollte auch relativ schnell gehen. Machen wir beim nächsten Mal dann. Und dann holen wir uns dieses Live-Update. Euer Upgrade. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.